Was gibt es in Tirol, Südtirol und Trentino jeweils Verbraucherschutzorganisationen? Als Handelskammer Boots möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass es natürlich immer am besten ist, sich in erster Instanz immer an den Inverkehrbringer oder Unternehmer zu wenden, der das Lebensmittel vertreibt. Für die Unternehmer gibt es dann in den jeweiligen in Tirol, Südtirol und Trentino Anlaufstellen. In Tirol ist das natürlich die Wirtschaftskammer, in Südtirol hat die Handelskammer Bootsen einen eigenen Etikettierungsdienst eingerichtet. Im Trentino müsste man sich eventuell bei Trentino Sprint oder dieser Exportorganisation interessieren.